Und des andern Tages, der da folgerte, nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen, Herr, wir haben gelast, dass dieser Gefühle, dieser Gefühle, dieser Gefühle schwach, da er noch lebtet. Ich will an dreien Tagen, ich kann, dass wir auf der Stelle, der Ruhm mit dir, dass man das Glauben kann. Ich kann den dritten Tag, dass ich meine Jünger komme und stehe mich und sage zu den Folgen, Ich kann den dritten Tag, dass man das Glauben kann. Pilatus sprach zu ihnen, Da habt ihr die Hüter, Keatidul verwahrt es, Wie ihr wisset. Sie gingen hin Und verwahrten das Grab mit Hütern Und versiegelten das Grab Und versiegelten das Grab Und versiegelten das Grab